Hallo und herzlich willkommen! Ich zeige euch heute was, was ihr vermutlich nicht mehr zu sehen bekommt, zumindest im Internet nicht, da ihr Adblock installiert habt, nämlich Werbung. Allerdings nicht die Werbung von heutzutage, denn die ist schon ziemlich langweilig und die kann sich jeder angucken, indem er einfach die Glotze anmacht, sondern ich zeige euch Werbung aus der damaligen Zeit. Wir reisen heute zurück in die 90er, genauer gesagt ans Ende der 90er, 1999. Da haben die Leute noch ziemlich anders ausgesehen, hatten andere Frisuren, haben sich anders gekleidet, haben teilweise noch anders gesprochen, und zwar so anders, dass man die Werbesports heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so zeigen dürfte. Also es wird auf jeden Fall eine ziemlich witzige Reise. Los geht's, den hier, den kennt ihr auf jeden Fall noch. Wasser, was? Ja, der Junge, der einfach so durch die Wüste lascht, warum auch immer. Da, Wasser! Endlich, Wasser für meine neuen Aquamaller! Die sind immer frisch, einfach Kappe ab, Wasser rein und los geht's! Viermal kann man die nachladen. Wenn sie einmal eintrocknen, einfach Wasser nachfüllen. Und dann die Farben! Guck mal, das ist toll! Keine ausgetrockneten Stifte mehr! Das spart Geld und ist gut für die Umwelt! Oh! Alle Maler Aquamaller, spiel gut! Alle Maler Aquamaller, spiel gut! Alle Maler Aquamaller, spiel gut! Alle Maler Aquamaller... Ja, darüber würden sich einige Bevölkerungsgruppen heutzutage echt wohl aufregen. Spiel gut! Ja, okay, weiter geht's. Die tollen Aquamaller von Senator! Aus Wasser wird Farbe! Der Gameboy-Color-Ratgeber für die freie Natur. Ich hätte einen Tipp, laufen wir dem Ding nicht durch die Gegend. Wer macht denn das? Beim Gameboy-Spielen rumlatschen? Mädchen vom Land lassen sich nur schwer rumkriegen. Vorsicht, wenn du auf die behaarten Bestien triffst, die hier frei herumlaufen. Um den örtlichen Imbiss musst du besser einen großen Bogen. An jeder Ecke können bewaffnete Gangs lauern. Die Luftverpestung ist noch schlimmer als in der Stadt. Ja, das ist eine glatte Lüge. Die ganzen Verschwörungstheoretiker... Hey, ich hab gehört, auf dem Land ist viel schlimmer als in der Stadt. Ja... Also, pass auf, wenn du rausgehst, um Gameboy-Color zu spielen. Niemand läuft beim Zocken durch die Gegend. Niemand. Kinder Pinguie, mit viel frischer Vollmilch gemacht. Könnte es auch einen Becher geben. So? Ganz ehrlich, fände ich saugeil. Die Milchcreme so löffeln, total geil. Mach das dann bitte auch bei Raffaello, Mann. Boah, ey, dann komme ich mir davon zentlerweise. Oder so? Niemand rennt draußen mit nem Joghurt durch die... Nein, lieber so. In einer knackig-zarten Schoko-Hülle. Ohne Becher, ohne Löffel. Kinder Pinguie. Ohne Becher, ohne Löffel. Aber mit viel Milch gemacht. Ich war irgendwie neben der Spur. Puh. Hey, mach dir nichts raus. Du hast zumindest die Stimme von Prince of Persia aus Sands of Time. Und die anderen, total gut drauf. Erstmal was trinken. Hey Mann, locker laufen lassen. Ich werd nirgendwo eine Toilette. Locker laufen lassen. Get into the flow. Hier, T&Food Exotic. Okay, denke ich. Mal probieren. Hey, das ging durch und durch. Und alles lief wieder fließend. Punica T&Food. Get into the flow. Hallo, Entschuldigung. Habt ihr mal einen Moment Zeit? Nee, wir sind im Stress. Und wir sprechen vollkommen natürlich und werden definitiv nicht dafür bezahlt, für das, was wir jetzt sagen werden. Poolstraff. Genau. Ach so, aber Zeit für den Knoppers habt ihr schon. Zeit für was Leckeres haben wir immer. Ja, ich mag das. Es ist schokoladig. Und darum esst ihr also Knoppers? Ja, nach zwei Stunden Mathe braucht man total. Äh, was war nochmal meine nächste Zeile? Ich hab meine, glaube ich, vergessen. Und gleich haben wir Sport. Also im Drehbuch steht, ganz angestrengt gucken. Ungefähr so. Aha. Und das für euch Knoppers das Richtige? Klar. Ja, aber klar. Was schmeckt euch daran? Milch und Nüsse. Super lecker. Ja, die knusprige Waffel. Das schmeckt richtig frisch. Sind Waffeln nicht wirklich das Frischeste, was ihr euch vorstellen könnt? Passt uns. Aber jetzt müssen wir auch los. Tschüss. Okay, vielen Dank. Schau, euch grinsend in die Kamera. Hey, wieso kommst du nicht schwimmen? Ich lasse nur richtig frühstücken. Ganz wichtig, Grinsebacke sitzt noch im Schwimmbecken. Mit kein Schokos. Ja klar, jetzt steht sie plötzlich neben ihm. Mh, wie schokoladig. Hey, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo soll er denn sein? Wasser voll klar und so, ey. Oh Mann, da hast du uns aber reingelegt. Schokos. Nicht mal in den 90ern hat man auf sowas geantwortet. Man, da hast du uns aber reingelegt. Von Kellogg's, der schokoladige Knuspercake. Yeah. Yeah. Und das war's jetzt auch für heute. Wir schauen uns beim nächsten Mal wieder ein paar Werbespast der 90er an. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, bis dann. Ciao. ¶. ¶. ¶. Untertitelung des ZDF für funk, 2017